Hallöchen, heute gibt es mein finales Video zum einmal Fazit ziehen über die Rache des Sub vom vergangenen Jahr. Ich habe 2021 das erste Mal die Rache des Sub gedreht bzw. durchgeführt. Ich habe mich da durchaus auch an anderen orientiert, aber da auch ziemlich viel reingepackt. Vielleicht erinnert sich der eine oder andere noch. Das heißt, es waren immer sehr vollgepackte Videos, sowohl an der Menge der Bücher als auch eben, ja, der Überblick, der dann irgendwann auch mal so ein bisschen mir davon gelaufen ist. Das ist einfach so, das gebe ich auch ganz offen und ehrlich zu. Das ist auch nicht dramatisch, also ich sehe das jetzt nicht als schlimm oder misslungenes Experiment oder, ja, großen Fehler oder dergleichen, sondern es ist für mich einfach nur ein Fazit, dass ich feststelle, das funktioniert so nicht mit deutlich mehr Büchern. Deswegen, wen es interessiert, der kann gerne mal bei der aktuellen Rache vorbeigucken, 2022. Da seht ihr dann doch auch, dass es ein bisschen anders auch laufen kann und ich hoffe, freue mich drauf, dass das vielleicht besser für mich funktioniert und mich in diesem Jahr nicht überrollt. Warum hat es mich im letzten Jahr überrollt? Vermutlich allein wegen der schieren Anzahl der Bücher. Es waren ca. 174 Bücher, die ich euch vorgestellt habe und die ich hätte lesen müssen. Was sehr utopisch ist, da ich im Jahr davor, ich glaube, 30 Bücher gelesen habe. Also kann man sich vorstellen, dass das Vorhaben allein schon sehr übersteigert war. Ich dachte nur, ich möchte damit einfach sehr viel aufräumen und viel reinlesen in Bücher und entscheiden, ob ich sie denn behalten möchte oder nicht. Ich habe letztendlich dann doch so einige Bücher gelesen, aber auch einige aussortiert und dazu kommen wir jetzt. Ganze 42 Bücher habe ich letztendlich in dem Rahmen aussortiert, was dann auch dazu geführt hat, dass ich eben nicht über meine Marke für mich wichtige 400er Grenze von meinem Sub gestiegen bin im vergangenen Jahr, sondern im Moment ja eher so bei ungefähr 350 herumdümpel. Das heißt, es hat sich ja für mich in der Hinsicht durchaus gelohnt. In Summe sind es dann letztendlich 60 Bücher, wobei bei den Aussortierten, wie gesagt, sind es auch manchmal Reihen, dann gehören noch zwei, drei Bücher mehr dazu. Das heißt aber, grobe 60 Bücher sind somit von meinem Sub verschwunden, was ich eigentlich ganz gut finde. Also das Prinzip, ich habe etwas und Teile davon natürlich auch gelesen und entdeckt, manche auch sehr, sehr geliebt, manche Bücher und eben aber ein Teil auch letztendlich aussortiert, der hier nur rum stand und Staub gefangen hat. Vom Prinzip her fand ich es sehr wichtig für mich. Ich fand es auch nochmal wichtig, für mich klarzustellen, okay, möchte ich alle meine Sachbücher auch auf den Sub zählen oder nicht? Auch da ist es immer mal noch ein bisschen kritisch und fraglich für mich, weil ich ja dann doch Zeit investiere, aber letztendlich ist es einfach ein anderes Lesen und Erleben bei einem Sachbuch als bei einem Roman zum Beispiel. Dementsprechend, ja, habe ich auch da einfach über den Mechanismus so ein paar Bücher auch wieder rausgenommen. Heißt aber auch am Ende, es bleiben über 100 Bücher übrig, die noch auf meinem Sub sind und die ich sozusagen während der Rache zwar gezeigt habe, aber mit denen letztendlich nichts passiert ist. Ich möchte natürlich alle davon noch anlesen mindestens und entscheiden, ob ich sie noch final lesen möchte, denn das Prinzip der Rache ist ja einfach, dass man sich anschaut, was habe ich wann gekauft und wie lange steht es schon bei mir, warum habe ich es bis jetzt noch nicht gelesen. Ist es wirklich nur diese Zeitausrede oder interessiert es mich mittlerweile einfach nicht mehr. Was sehr schade wäre, denn letztendlich habe ich Geld dafür ausgegeben. Oder andere Menschen für mich, wenn sie es mir geschenkt haben. Nicht alle Bücher waren für mich ein Highlight, die ich tatsächlich auch gelesen habe. Manche waren dann einfach auch, ja, gelesen, Punkt. Manche waren einfach auch sehr schön. Ich habe jetzt nicht alle rausgesucht, aber ein paar davon möchte ich hier nochmal erwähnen und zeigen, weil ich die einfach besonders fand. Und bevor sie in Vergessenheit geraten, weil sie einfach schon ein bisschen älter sind, weil ich ja auch eben die Rache gemacht habe von den Jahren 2015 bis 2018 und damals sind sie eben eingezogen. Das heißt auch nicht, dass sie da erschienen sind, möchte ich einfach nochmal ein paar Worte zu den tollsten Büchern aus meiner Rache verlieren. Das war eins meiner Highlights und ich werde es auch immer wieder sagen, ein wahnsinnig schönes Buch von Elizabeth Tover Bailey, Das Geräusch an der Schnecke beim Essen. Es ist so unfassbar faszinierend, was Schnecken alles können und wie die so drauf sind. Ich habe es zu einem Zeitpunkt gelesen, da konnte ich mich super auch drauf einlassen und fand es total schön. Ich wollte auch in die Rolle dieser Frau schlüpfen, die da eigentlich ja in einer unschönen Lage ans Bett gefesselt ist und gar nicht viel raus kann. Und die dann mit einer Pflanze, die sie von einer Freundin oder Bekannten bekommt, auch eine Schnecke, sie neben das Krankenbett gestellt kriegt und diese Schnecke kennenlernt. Wie die sich so entwickelt, was sie so macht, den ganzen Tag, was sie so isst, das auch. Und es ist gespickt mit ganz vielen Infos zu Schnecken. Und ich glaube, ja, ein völlig unterschätztes Tier und auch eins, das irgendwie kein gutes Image hat. Ich weiß auch nicht, die PR-Abteilung der Schnecke hat irgendwie geschlafen. Auf jeden Fall ein sehr schönes Buch. Es geht letztendlich um das Leben. Und das ist so simpel gesagt und doch so schön und so umfangreich eigentlich. Ich kann es eigentlich jedem nur ans Herz legen. Wie gesagt, ein dünnes Buch, aber ein, ich finde es sehr, sehr schönes. Eine meiner Lieblingsautorinnen, Adriana Popescu, ist leider auch auf der Rache gelandet, weil es eben schon doch so lange bei mir ist, das Buch Paris, du und ich. Es ist ein Buch, vor dem ich nicht wirklich Angst hatte. Ich hatte eher Angst davor, es gelesen zu haben, weil dann kann ich es nicht nochmal von neu entdecken. Und so ist es auch ein bisschen, obwohl ich jetzt nicht mehr Emma und Vincent vergessen möchte, quasi. Ja, Emma fliegt nach Paris, weil sie ihren Austauschfreund oder den Austauschschüler Alain vermisst und ihn treffen möchte und ihn überraschen möchte. Doch das Blöde ist, nicht Alain, sondern Chloe öffnet die Tür. Und letztendlich von Liebeskummer gebeutelt, bleibt sie in ihrem Hostelzimmer und wird so ein bisschen, ja, dann rausgeschickt. Sie soll doch bitte mal was erleben und nicht immer nur traurige Liebeslieder hören. Und landet dann, ich glaube, am Nachbartisch von Vincent. Und Vincent hat nicht nur bunte Socken und irgendwie manchmal schräge Auffassungen und ist trotzdem ein total toller Kerl, sondern er wird zu ihrem Herzschmerzfreund. Und es ist auch da eine irgendwie berührende Geschichte, die hinter Vincent steckt. Und wir lernen noch so viele andere tolle Charaktere kennen auf dieser Paris-Reise. Und es hat für mich Paris total schön und schmackhaft gemacht. Ich habe das an Ostern gelesen während dem ersten Lockdown. Schon zwei Jahre her, ne? Fällt mir auf. Habe ich vor zwei Jahren die Rache angefangen? Auf jeden Fall habe ich es da gelesen, wollte direkt nach Paris fliegen, was natürlich nicht ging. Und fand es sehr schade, habe es leider in der Zwischenzeit noch nicht wieder nachgeholt. Noch nicht nachgeholt. Ja, würde aber total gerne einfach mal nach Paris. Dieses Buch hat zu manch einer Reaktion geführt. Blackout von Mark Elsberg, denn ein durchaus gewichtiges, seitenreiches Buch, 800 Seiten sind nicht ohne, über den Stromausfall, der tatsächlich ja auch drohen könnte. Mark Elsberg war, als ich damals noch im Buchhandel gearbeitet habe, auch bei uns für eine Lesung. Damals für den Nachfolger für Zero. Blackout wurde natürlich auch kurz angesprochen und verkauft. Ich habe mir damals Blackout gekauft und es beschlossen auch zu lesen. Habe genau 100 Seiten geschafft und dann abgebrochen. Habe sogar mein Exemplar verkauft und habe es mir dann irgendwann neu gekauft. So bescheuert muss man erstmal sein, aber dafür hat es sich gelohnt. Denn ich habe auf jeden Fall dieses Buch mit Schrecken, mit Begeisterung, mit Faszination gelesen. Es ist ein Buch über eben einen weltweiten Stromausfall und über die Schwierigkeit, das Ganze wieder aufzubauen, das Stromnetz. Das heißt, solange alles läuft, ist es schon gut so und auch kleinere Schwankungen können ausgeglichen werden. Aber wenn mal so richtig irgendwo was ausfällt und drumherum alles mitmacht, weil es ja im Netz ist, dann sieht es ganz schnell ganz düster aus. Und wir folgen hier Manzano hauptsächlich, ein IT-Spezialist, der das Ganze lösen möchte, das Problem und wissen möchte, wo das Ganze herkommt und wer quasi Schuld daran ist, dass dieser Stromausfall überhaupt existiert. Und es ist unfassbar spannend und ich dachte, ich bin niemals so ein Mensch mit technischen Dingen und so weiter und so fort. Ich fand es trotzdem total spannend, eben diese Geschichte mitzuerleben und was auf dem Weg da nicht so alles passiert. Das ist faszinierend, einfach nur faszinierend. Das hat mich wirklich so ein bisschen sprachlos zurückgelassen und wir haben nicht nur die Sicht von ihm, sondern wir haben auch noch verschiedene andere Punkte, die sich wiederholen. Ich dachte erst, oh Gott, ich kann es niemals merken, wer das alles ist und wo. Ich habe mir erst Notizen gemacht, das ist auch hilfreich, aber nicht unbedingt notwendig, weil man immer wieder dann doch zu den gleichen Stellen kommt. Also so ein Kraftwerk und die Politik spielt doch eine Rolle und so weiter haben wir da mit drin. Dann möchte ich noch zeigen, die Mittwochsbriefe von Jason F. Wright. Von Jason F. Wright gibt es auch noch das Weihnachtsglas, auch eine wahnsinnig tolle Geschichte, aber auf der Rache waren die Mittwochsbriefe, die ich mir eben zugelegt hatte, weil ich das Weihnachtsglas so toll fand. Es geht um Jack und Laurel. Laurel und Jack haben ein Bett and Breakfast, ein kleines, und beschließen dann eines Abends quasi, gemeinsam zu sterben. Also sie sterben beide gemeinsam, sagen wir es mal einfach so. Und Jack hat ab einem bestimmten Zeitpunkt ihrer Beziehung, ich weiß nicht mehr, ob sie Hochzeit war oder vorher schon, oder seit dem Kennenlernen oder so, hat Jack jeden Mittwoch Laurel einen Brief geschrieben. Und es ist so eine schöne Geschichte, hinter die dann auch die drei Kinder kommen von den beiden, die das Erbe, das Haus und so weiter alles auflösen müssen, möchten. Und es ist eine wahnsinnig berührende Geschichte einfach von den beiden und diese Zartheit, die da drin steckt und diese Konsequenz, egal ob sie beisammen waren oder nicht, hat Jack einen Brief geschrieben. Also selbst wenn Laurel im Zimmer neben dran war, hat Jack einen Brief geschrieben, egal wie kurz, egal wie lang, egal ob er nah oder fern war, total faszinierend. Diese, wie es einfach nochmal eine andere Art ist, diese Liebe zu transportieren. Und das heißt nicht, dass es immer ein Liebesbrief an sich war, sondern es waren manchmal auch Briefe, die waren gerade im Streit oder die waren, oder er war gerade irgendwie nicht so, hatte nicht so Zeit oder war gestresst und er hat es trotzdem immer gemacht. Er hat es einfach immer gemacht und das ist ein bisschen so wie dieses, jemand ist immer für einen da und das war total schön zu lesen. Also ich kann es nur empfehlen, die Mittwochsbriefe, ich glaube mittlerweile eher schwer ranzukommen an die Geschichte oder zumindest dann noch als E-Book oder dergleichen, aber eine wahnsinnig schöne Geschichte. Von Mitch Albom, von dem, glaube ich, hier das Buch grandios ist, Dienstags bei Morrie, stand auch bei mir auf der Rache. Und es geht darum, dass er selbst Mitch Albom macht, sich auf den Weg, jeden Dienstag zu seinem ehemaligen Professor, Morrie. Es steckt so ein bisschen voller Weisheiten, Lebensweisheiten, weil wir natürlich mitkriegen, was hat Morrie so erlebt, was möchte er weitergeben an seinen Studenten oder an seinen Schützlingen quasi. Und es ist so philosophisch angehaucht und so schön und so lebensbejahend und ja, dass ich es einfach sehr, sehr schön fand, diese Geschichte da zu erleben. Ich finde, Mitch Albom schafft es auch, das richtige Maß zu treffen, also nichts zu kitschig oder zu spirituell oder abgehoben zu beschreiben, sondern es einfach auf den Punkt zu bringen. Und das mag ich so gern daran. Ich habe ganz viele Sätze daraus geschrieben und mir gemerkt und so weiter. Ich mag dieses Buch sehr, sehr gern und vielleicht gucke ich mich sogar noch mal nach einer anderen, noch schöneren Ausgabe vielleicht sogar um. Dann war auch noch bei der Rache dabei von Gio Müsou, Wirst du da sein? Mein erster Müsou gelesen, denn hier stehen noch immer mindestens zwei Ungelesene. Der in die Jahre gekommene Dr. Elliot Scott hat eigentlich alles, was er mal so gerne haben könnte an Haus. Tolle Kollegen, die Liebe seiner Tochter. Doch es plagen ihn Sehnsucht und Schuldgefühle seit dem Tod vor über 30 Jahren seiner Frau Elena. Diese Geschichte wird erzählt mit dem Aspekt, was wäre denn, wenn man in der Zeit zurückreisen könnte und vielleicht den einen oder anderen Fehler gerade biegen könnte. Natürlich ist es verlockend und es ist interessant und gleichzeitig weiß man selbst schon so ein bisschen, das kann doch fast nicht gut gehen. Was es dann genau ist und welche Geschichte einen dann erwartet, hat mich persönlich umgehauen und deswegen möchte ich noch ganz viel von Müsou lesen. Ich hoffe, dazu komme ich ganz, ganz bald, denn es steckt viel, viel mehr dahinter, als das Cover recht simpel und einfach vermuten lässt oder der Titel oder auch der Klappentext. Deswegen, man kann sich oder darf sich da gerne überraschen lassen von ganz, ganz viel, das einen oft berührt, manchmal zu Tränen sogar treibt und ja, einen auch das Buch nicht so schnell und die Protagonisten nicht so schnell vergessen lässt. Und das Letzte, das ich zeigen möchte, ist noch von Tabea Halbmayer, Der Advokat und das Mädchen. Ein Buch einer ehemaligen Mitschülerin, die das mit 15 Jahren gerade mal geschrieben hat. Es geht um den Ort Tainbridge, Ende des 18. Jahrhunderts und der Vater von der kleinen Mary Ann ist angeklagt, dass er ein Mörder sei, ist weggebracht und die Familie muss irgendwie klarkommen. Dabei versucht dann Mary Ann zum Beispiel auch Brot oder Brötchen zu verkaufen von einem Bäcker, wird dabei krank und dann gefunden von dem jungen William Auburn, der sie auch, ja, sich um sie kümmern möchte, einen Arzt schickt und so weiter und sie letztendlich dann auch einstellen möchte auf dem, ja, Gutshof, sage ich jetzt mal, der Familie Auburn, die doch etwas reicher ist und eben mehrere Bedienstete hat. Dort wird sie dann zum Zimmermädchen der Mutter von William und kommt auch William etwas näher. Die Geschichte ist einfach sehr schön geschrieben. Ich finde, an mancher Stelle und gerade so im Gesamtblick merkt man vielleicht, dass es eine 15-Jährige geschrieben hat, aber am Ende ist es einfach trotzdem eine tolle Geschichte. Nicht zuletzt wegen der Buchverfolgung, die gedreht wurde mit ehemaligen Mitschülern und ehemaligen Lehrern von mir. Also einfach eine, ja, für mich ganz runde Sache, ein besonderes Buch in gewisser Hinsicht und dementsprechend, ja, werde ich es irgendwo auch in Ehren halten als ein Buch, das ich durch die Rache dann doch entdeckt habe und gelesen habe. Damit käme ich jetzt noch zur Eule, in die das ein oder andere Geld gewandert ist, als ich es nicht geschafft habe, Bücher zu lesen. Wenn ich mich nicht verzählt habe, dann habe ich nämlich auch noch zum Ende hin das Geld hineingesteckt, das quasi noch jetzt noch gar nicht fällig gewesen wäre für den Dezember. Nein, für den November und den Dezember. Egal, also auf jeden Fall habe ich da das Geld auch schon hineingetan, denn ich bin mir relativ sicher, dass ich die Bücher jetzt am Anfang des Jahres nicht lese, beziehungsweise, falls doch, dann kommt es eben noch einem guten Zweck zugute, dass ich mehr Geld da reingesteckt habe. Wir gucken mal nach. So, da habe ich dann jetzt doch alles rausgekriegt aus dieser Eule. Das ist ein bisschen schwieriger mit Scheinen und ich hatte ja doch öfter auch mal größere Summen mit dabei. Wer sich erinnert, wenn nicht, darf sich gerne noch die Playlist zur Rache nochmal anschauen. Das sind dann 20, 30, 40, 50, 55, genau 60 Euro. Diese 60 Euro werde ich natürlich spenden. So, diese 60 Euro werde ich natürlich spenden. Ich werde das Ganze aber aufrunden auf 70 Euro, denn es kostet immer 35 Euro für die Registrierung eines neuen Spenders. Das heißt, mal zwei genommen, 35, zwei neue Menschen, zwei Menschen dürfen dann aufgenommen oder können finanziell zumindest unterstützt aufgenommen werden, um dort Spender zu sein. Bitte informiert euch, ich würde mich sehr freuen. Ich habe tatsächlich nicht persönlich einen großen Vorteil davon, von der DKMS, aber ich bin einfach mal darauf gestoßen und habe mir gedacht, wenn ich selbst das bräuchte, eine Knochenmarkspende, dann wäre ich unfassbar dankbar, wenn es da jemanden gäbe, der das aus freien Stücken gemacht hat, der sich da hat registrieren lassen und der dann eben für mich als Spender eventuell in Frage käme. Und deswegen möchte ich das unterstützen. Relativ banale, simple Gründe. Für die aktuelle Rache, die allerdings ja nicht ganz so gut läuft im Sinne von, dass viel Geld zusammenkommt, wird dann vermutlich sein, dass ich an Mission Erde spende. Aber das ist noch nicht ganz fix. Werde ich mir mal noch angucken, wie das denn jetzt, wie gesagt, auch überhaupt läuft. Welche Bücher ich lese, gelesen kriege oder welche ich aussortiere vielleicht auch. Da geht es nämlich dann um mein uraltes Sub. So, das war es dann mit der Rache vom vergangenen Jahr. Ich bin gespannt, wie die Rache in diesem Jahr läuft. Was habt ihr so bei eurer Rache herausgefunden über euch? Was habt ihr für ein Fazit gezogen? Vielleicht habt ihr gar keine Bücher auf dem Sub, die so alt sind. Vielleicht habt ihr auch gar nicht so viele Bücher. Und vielleicht könnt ihr aber auch ein bisschen nachvollziehen, dass ich eben es schaffen wollte, einige Bücher auch auszusortieren. Denn man muss sich mal bewusst machen, dass 300, selbst jetzt noch 350 Bücher doch eine ganze Menge sind. Damit bin ich jetzt eigentlich recht glücklich, dass dann doch fast 70 Euro von alleine zusammenkamen und ich nur noch 10 Euro dazu steuere, um das zu spenden. Und dann, ja, zwei neue Spender registriert werden können. Ich bin echt glücklich darüber und lege es euch eben nochmal ans Herz, dass ihr euch vielleicht auch registrieren lasst. Zwei von euch werden jetzt quasi finanziell schon mal registriert. Gut, das war es jetzt von der Rache und von mir hier. Ich hoffe, ihr schaltet beim nächsten Mal wieder ein. Bis dahin, lest schöne Bücher, bleibt gesund. Tschüss.